Lithium, ein Schlüsselelement der aktuellen technologischen Revolution, ist zu einem wesentlichen Bestandteil unseres täglichen Komforts geworden. Von unseren Smartphones über Elektrofahrzeuge bis hin zu Energiespeichersystemen, alle brauchen es. Außerdem ist es ein Schlüsselelement der weltweiten Energiewende. Doch die Nachfrage ist so groß, dass es der Welt sehr schnell ausgehen könnte. Einige Automobil- und Technologieunternehmen haben bereits Lieferprobleme und horten ihre Lithiumvorräte wie wahre Schätze. Das japanische Unternehmen Nikon beispielsweise kann die Lieferung all dieser Produkte nicht mehr gewährleisten. Welche Lösungen gibt es? Wir erklären es dir in diesem Video. Seit der Herstellung der ersten wiederaufladbaren Lithium-Batterie für Sony-Kameras im Jahr 1991 wurde die Lithium-Ionen-Batterie in viele Bereiche exportiert. So ist sie aus der Technik, der Elektronik, der Luftfahrt und der Automobilbranche nicht mehr wegzudenken. Aber lassen Sie uns zunächst kurz darauf eingehen, was Lithium eigentlich ist. Dieses chemische Element mit der Ordnungszahl 3 ist ein Alkalimetall und gehört zur ersten Gruppe des Periodensystems der Elemente. Es wird auch als weißes Gold bezeichnet, da es ein zentrales Element im Ablauf der Energiewende in unserer modernen Gesellschaft ist. Tatsächlich ist es das Hauptelement, das von Industrieunternehmen auf der ganzen Welt ausgewählt wird, um die Gegenstände unseres Alltags mit Energie zu versorgen. Überall wird Lithium benötigt, aber die Lieferanten können allmählich nicht mehr mithalten und die Nachfrage wird das Angebot bald um 10.000 Tonnen übersteigen. Lithium wird oft als umweltfreundliche Komponente angepriesen, doch man darf nicht vergessen, dass es vor allem von der chinesischen und amerikanischen Industrie verwendet wird. Dennoch befinden sich 70 bis 80 Prozent der globalen Ressourcen dieses Materials in Lateinamerika, insbesondere in Bolivien, Argentinien und Chile. Es hat also einen langen Weg hinter sich, bevor es verwendet wird. Außerdem verbraucht seine Gewinnung nicht nur viel Wasser, sondern ist auch gefährlich. Denn wenn sie nicht richtig kontrolliert wird, kann sie Gefahren für die lokale Biodiversität mit sich bringen. Da Erdöl bereits übermäßig ausgebeutet wird, die technologische Entwicklung voranschreitet und die globale Erwärmung uns dazu zwingt, Alternativen zum Erdöl zu finden, könnte es in den kommenden Jahren noch stärker nachgefragt werden. In der Industrie und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft werden daher Bedenken laut. Denn die sehr hohe Nachfrage nach Lithium explodiert so sehr, dass das Metall bereits 2025 in eine weltweite Knappheit geraten könnte. Dies hat zahlreiche Auswirkungen, insbesondere auf Elektroautos. Die Lieferzeiten werden dadurch verlängert, die Autohersteller haben mit Lieferproblemen zu kämpfen, die Produktion verlangsamt sich, die Unternehmen beginnen Vorräte anzulegen und der Preis für eine Tonne Lithium steigt drastisch an. Doch welche Lösungen gibt es? In einem ersten Schritt muss das Lithium-Recycling verbessert werden. Im Jahr 2021 wurden beispielsweise nur 5 Prozent der Lithium-Batterien recycelt. Dadurch wird die Knappheit zwar nicht verschwinden, aber der Termin kann hinausgeschoben werden. Darüber hinaus ist das Recycling von Lithium von entscheidender Bedeutung, da es umweltschädlich sein kann, wenn es nach seiner Verwendung nicht zurückgewonnen und ordnungsgemäß verarbeitet wird. Dies würde auch dazu beitragen, die Verteilung der Rohstoffe auf die verschiedenen Regionen der Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dennoch ist das Recycling von Altgeräten aus verschiedenen Gründen noch lange nicht die Norm. Beispielsweise ist die Sammelquote für Lithium-haltige Batterien noch gering. Sie beträgt lediglich 10 Prozent der vorhandenen Mengen. Ein weiterer Grund sind die niedrigen und unbeständigen Preise für das Metall, während das Recycling teuer sein kann, sogar teurer als der Preis der Primärproduktion. Warum sind die Kosten so hoch? Weil das Recycling eine echte technische Herausforderung darstellt, denn Lithium-Batterien bestehen oft aus vielen anderen Materialien. Jede Zelle eines Lithium-Ionen-Akkus besteht aus vier Zellen, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen können. Beispielsweise können neben Lithium für die positive Elektrode Kobalt, Mangan, Eisen, aber auch Nickel und Aluminium enthalten sein. Auf der Seite der negativen Elektrode können neben Lithium auch Graphitzin, aber auch Titan vorkommen. Diese liegen in Form von chemischen Verbindungen vor, die kleine Teile auf sehr engem Raum bilden, weshalb es schwierig ist, sie zurückzugewinnen. Darüber hinaus unterscheidet sich die Struktur von Batterien und Akkus je nach Herstellergerät und Modell erheblich. Daher ist es schwierig, einen einheitlichen und automatisierten Recyclingprozess zu haben. In Frankreich haben sich beispielsweise einige Unternehmen auf die Rückgewinnung von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert, um das Lithium zu extrahieren. Ein Beispiel dafür ist die Firma EuroDiös, eine Tochtergesellschaft von Sarp Industrie, die zur Veolia-Gruppe gehört. Um Lithium zu gewinnen, verwendet sie einen hydrometallogischen Prozess. Um Lithium zurückzugewinnen, wird das Metall in eine chemische Lösung gegeben, nachdem es zuvor zerkleinert wurde. Einige Wissenschaftler versuchen auch, kostengünstigere Recyclingverfahren zu entwickeln. Eine andere Möglichkeit, um Lithiummangel zu verhindern, ist, das Metall durch andere häufiger vorkommende Elemente zu ersetzen. Das konkreteste Beispiel sind Natrium-Batterien. In der Tat gibt es in der Erdkruste mindestens 500 Mal mehr Natrium als Lithium. Da es billiger und dennoch ziemlich leistungsfähig ist, findet diese Revolution in China statt. Genauer gesagt war es der chinesische Batterie-Gigant Kattel, der weltweit größte Batteriehersteller, der bekannt gab, dass seine Produktionslinie bereit sei. Dies würde nicht nur dem Lithiummangel entgegenwirken, sondern auch Elektroautos erschwinglicher machen. Es wäre also ein echter ökologischer Vorteil. Behalten Sie die Natrium-Batterien im Auge, da es sich in den kommenden Jahren noch enorm weiterentwickeln und echte Verbesserungen erfahren kann. Weitere Beispiele sind Feststoff-Batterien und seit kurzem die Li-Metall-Batterien des Korea Electro-Technology Research Institute, die aus Südkorea stammt und auch KERI genannt werden. Diese werden oft mit Feststoff-Batterien gleichgesetzt, da ihre Stabilität nur durch das Vorhandensein eines festen Elektrolyten gelöst zu werden scheint. Feststoff-Batterien nutzen einen Elektrolyten in fester Form, um die Bildung von Dendriten zu begrenzen. Von hier aus ist es denkbar, auf Graphen zu verzichten und stattdessen andere, dichtere Materialien zu verwenden, die mehr Strom speichern können, wie zum Beispiel Lithium. Dadurch kann fast doppelt so viel Strom gespeichert werden wie in einer Lithium-Ionen-Batterie und sie altert weniger schnell, da dank des Fest-Elektrolyts weniger Dendriten entstehen. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit diesem Thema und die ersten Batterien könnten bereits 2024 verkauft werden. Lichtfeste Li-Metall-Batterien wurden hingegen noch nicht in Betracht gezogen. Keri ändert dies jedoch, da es gelungen ist, Li-Metall-Batterien mit flüssigem Elektrolyten zu betreiben, indem es die Anode mit einer Folie aus einer Mischung aus Kohlenstoff und Gold-Nanopartikeln bedeckt. Hier verhindert der Kohlenstoff die Bildung von Dendriten, während das Gold für die richtige elektrische Leitfähigkeit sorgt. Das Ergebnis ist eine Li-Metall-Batterie, die viel schneller hergestellt werden könnte als Feststoff-Batterien. Dies könnte also die Kapazität von Batterien schnell verdoppeln und gleichzeitig ihre Lebensdauer verlängern, wobei auf Graphen verzichtet werden könnte. Es bleibt abzuwarten, ob diese Lösung tatsächlich massenhaft eingesetzt werden kann und ob die Kosten im Vergleich zu Feststoff-Batterien wettbewerbsfähig sein werden. Die Lithium-Knappheit ist jedoch nicht nur darauf zurückzuführen, dass dieses Metall auf unserer Erde kaum vorkommt, sondern auch auf seine falsche Verwendung und Verteilung. Dies geht so weit, dass es zu Spannungen insbesondere mit der Europäischen Union und USA auf der einen und China auf der anderen Seite gekommen ist. Die Weltmärkte bestehen heute hauptsächlich aus billigen chinesischen Elektroautos. Ihr Preis wird durch massive staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten. Verärgert darüber hat Europa beschlossen, eine Untersuchung der Subventionen für Elektroautos in China einzuleiten. Der chinesische Batteriegigant Kappel beispielsweise, von dem wir dir vor wenigen Minuten erzählt haben, löst in der westlichen Welt Entsetzen aus, weil er viel mehr Batterien produziert, als er tatsächlich benötigt. Mit der gigantischen Zahl von 1500 Gigawattstunden, obwohl er nur 636 für den Bedarf seines Binnenmarktes benötigt. Dennoch scheint dies für das Reich der Mitte nicht genug zu sein. Tatsächlich könnte China Lithium-Nachfrage allein für Elektrofahrzeuge zwischen 23 und 32 jährlich um 20,4% wachsen. Während auf der anderen Seite das Lithium-Angebot des Landes im selben Zeitraum jährlich nur um 6% wachsen würde. Es ist auch wichtig zu wissen, dass obwohl immer mehr Stimmen über eine bevorstehende Lithium-Knappheit laut werden, nicht alle damit einverstanden sind. So erklärte beispielsweise Corinne Blanchant von der Deutschen Bank gegenüber CNBC, dass Lithium-Knappheit zwar real sei, aber eher gegen Ende des Jahrzehnts eintreten werde. Sie spricht von einem bescheidenen Defizit von 60.000 Tonnen im Jahr 2025. Für 2030 sieht sie allerdings ein Loch voraus, das auf 768.000 Tonnen geschätzt wird. Es lässt sich auch feststellen, dass die Zahl der Lithium-Betriebe weltweit weiter steigt. Allerdings benötigen die Betriebe ein Jahrzehnt, bevor sie wirklich produktiv sind. Eine mögliche Neuausrichtung des Marktes würde daher erst in einem dritten Schritt erfolgen. Die Zahl ist jedoch so groß, dass es in den nächsten Jahren zu einem Lithium-Überschuss kommen könnte, wodurch die Verknappung hinausgezögert würde. Später hingegen scheint eine Verknappung des weißen Goldes unvermeidlich. Die Lithium-Knappheit vor dem nächsten Jahrzehnt ist also real. Da es in unserem Alltag verwendet wird, ist die Suche nach Lösungen von entscheidender Bedeutung. Es werden mehrere Lösungen wie Recycling, aber auch die Verwendung von Natrium- oder sogar Feststoffbatterien hervorgehoben. Um eine nachhaltige, widerstandsfähige Zukunft zu gewährleisten, ist es an der Zeit, entscheidende Schritte zu unternehmen, um verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen und den zukünftigen Herausforderungen vorzugreifen.